Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5. Mein Name ist Dr.Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir müssen ganz schnell zum Flughafen fahren in dieser Folge und unseren Film retten. So. Schauen wir mal, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. All right, all right. Wir hören den Funk auf jeden Fall ab. Vielleicht dürften wir da sein. Weiß nicht, ob wir schneller... Oh. Da ist die Eskorte anscheinend. Da ist sie. Okay, unsere aktuelle Aufgabe ist nur zu verfolgen. Okay. Oh. Überdrehen. All right, all right. Ah, das sieht gut aus. Huh. Dann knapp werden. Ah, es sieht gut aus. Ah, war fehlgeschlagen. War noch nicht so gut, wie es hätte sein sollen. Boah, die hätte ich fast so gut weggewandt. Oh, 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 oh. Knappes Ding. Ah. All right. Verdammt. Gut, dass wir ein sportliches Auto genommen haben. Wir sind ja extrem viel schneller als wir gerade. Oh. 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 dann nicht gelöst für sie ist man auch uns und nur denn ich sehe keine flucht möglich können entweder sie dann guten fluchtmöglichkeit so das könnte klappen gucken wir uns mal luft mit dem besten fluchtmittel was wir zur verfügung haben gut das dürfte glauben wir kriegen jetzt einfach eine gute flughöre und sind wir weg tja top das ist nur die quizfrage da wird ein bisschen hoch bevor die helikopter uns sehen ja drüber geflogen tja top das ist schon falsche matten Ich liebte dich mal, Tony, aber nichts zwischen uns. Jetzt, dass ich weiß, dass du dich liebst. Wir machen das jetzt? Ich habe gerade gesehen, dass Devin Weston's Legal Council getrennt. Oh, die Molly-Woman? Oh, Gott, das ist schrecklich. Du hast keine Ahnung. Sie panik, fangt und fangt in. Aber ich schraubte die Prennung, also haben wir noch ein Film. Du glaubst, das Analog? Es ist alles digital. Wir haben Backups überall. Ich meine, wir schreien auf dem Green Screen. Aber du hast mir gesagt. Ich bin sorry, ich dachte, du wusste. Die Ede sind fast fertig und wir müssen es rauskriegen, bevor sie uns wiederhörten. Ich habe ein Premier geliebt. Das wird sie von uns verletzieren. Ein Premier? Für Meltdown? Okay, kannst du meine Familie invoieren? Sie können endlich etwas, was mich stolz haben. Natürlich! Es ist bereits auf der Weg durch die Karriere. Okay, sch***. Ich werde bereit sein. Es war ein amerikanischer DIVORCE, der Film-Quote. Obviamente. Okay, dann lassen wir uns mal schauen, ob wir noch einen Fallschirm haben. Oh, wir haben tatsächlich einen. Nächste Quizfrage. Wie ziehen wir den? Ah, okay. Tup, tup. Da hat ja alles mehr als geklappt. Gut, dann kommen wir mal ganz entspannt. War nicht unser Jet? Äh. Ach, ich kann, wenn ich hier so fliege, gar nicht den Charakter wechseln, merke ich gerade. Wir sind gesucht, echt? Irgendwas denn? Ah, hier ist unser Grundstück. Wenn einmal einen Jet explodieren, schon wird man von der Polizei gesucht. So. Warte, schauen wir mal. Oh, 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 oh. Ah. Sieht auch ganz nett. Und wir können. Wenn wir jetzt, wenn wir gefahrenet sind, können wir nicht wechseln. Uh. Ah, hier können wir nicht über die Hecke springen. Ja, auch nicht. Echt nicht. So, es kann knapp werden mit dem Polizei oder was da steht. Du hast es geschafft. Gut. Ich schaffe dich wieder, Davy. Wieder. So, was sollst du für mich machen, über Hanes, den Rest der FIB, den IAA, und alle anderen? Huh? Die Geschichte ist geschrieben von der Leben, okay? Wir können die meisten auf den Agenten Sanchez. Ich verstehe diese Geschichte richtig, und die Agenten und die Büro wird zurück. Das Problem, das wir mitmachen müssen, ist Trevor. Trevor? Warum? Ich verstehe, Merriweather, Chinese Gangsters, General Insanity, und so weiter. Ich kann Steve schreien, dass du kontrollierst, aber nicht Trevor. Steve? He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him. Calm him down. Just get me out. Alright. sehr verrückt die ganze welt hier gut ich glaube jetzt haben wir mit michael erstmal soweit alles geschafft wir können zu franklin wechseln ist hoffentlich gerade bei sich in der hut in seinem haus oder einfach hier einmal umdrehen einen guten kilometer entfernt das geht ja ich kann auf jeden fall mal seine mission starten mal schauen immer wieder lustig die dann einfach mit der waffe dazu betonen wenn die uns im mittelfinger zeigen zieht immer in gta na fährst du quer siehst du mehr jetzt nicht so gut geklappt so speed limit halten wir gut ein fahren immer schneller jetzt bin ich nur interessiert wo starten wir denn die mission ist das hier oben oder ist das da unten ein bisschen schwierig zu erkennen vielleicht doch oben wirkt wie oben haben wir ja richtig alles ok so kleiner süßer job so schauen wir mal hier können wir denn die mission ach da können wir die mission starten na toll oh oh hey 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 what you doing here i mean i'm real glad you here come here i can't stay what's up bae no it's lamar what that fool want now it's your best friend he's your best fucking friend for real my best friend my homeboy right my nigga man fuck you i mean not like that man but no he ain't he just another nigga from the hood him stretching all the motherfucking clowns all he want to do is drag a motherfucker down and live in the past and this is the future a big empty house with nobody who gives a fuck about you shit it works for me it can work for you bae i'm getting married franklin to a doctor not a murderer then what the fuck you doing here tanisha i'm worried about lamar you gotta help him franklin man that shit is over oh i'm a legitimate business man now sister i'm a ceo an investor i'm a illuminati i'm a fucking moron nigga you a phony fuck what i ain't saying you gotta marry the fool i'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with stretcher set him up fuck man my whole fucking life i've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards fuck well at least do it one more time franklin for me for you for you and your doctor i love you and lamar we grew up together but this life ain't for me and you knew that you ain't changing i don't care how many cars you own how many apartments you own i don't care how many diamonds you put in your ear it ain't for me not done bad or done good babe look i'll change no you won't and that's fair enough but at least respect what you do who you are if you let that idiot die you a bigger asshole than i thought what's up look he's got up to some sawmill near palito bay you do what you gotta do fuck fuck alright there is a car to the sea that can be something oh my hmm hmm franklin what's up hey man i'm in a bit of a bad situation my boy lamar got set up i think he up near palito bay had some sawmill with some ballers could you like to do some computer magic and look into it is that possible at all should be i've got a back door into the palito bay police network left over from the score we did up there give me a second here hold on yes so what it say huh this must be it there are older reports of a weed operation being run by an african-american gang the files got buried so i'm guessing they paid off the cops they growing weed up there growing it in the hills most likely but they might be packing and shipping it out of this sawmill i'd expect a fair few of them up there shit and i'm gonna need some help can you tell mike and trevor to meet me up there they still aren't getting along that well tell them it's for me and it's serious thanks man alright alright so kann das ganze natürlich klappen schauen wir mal wie wir das da am besten zaubern mit blick auf die uhr allerdings bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs zuschauen dieser folge schaltet doch gerne morgen wieder ein bis dahin ciao ciao das tot doch das doch qui kommt Vielen Dank.